die Zunge nicht möglich ja ich bin drinnen ah endlich funktioniert es mit der Verbindung Saiko Servus wer ist jetzt, wer ist reingekommen? Saiko, also ich uh jetzt hast du Redbar wer ich? Dein Saiko ja was bei mir eine Zweierverbindung also naja ich werde aber richtig gegen dich dann wirst du alle raus naja mal als ich muss ich keine schlechte Verbindung haben so was ist was ist was ist egal nicht einfach alle Hand du hast bei mir noch also Orange war aber alle anderen also viel Oha jetzt hab alle ja was ist denn mit dem Internet los? ah mach mal Thementurniere genau aber das können die nur wenn es total privat ist mir fehlen noch zwei Leute und ich glaube nicht dass ich die zusammenbringe Mr. Bubbles weißt du noch Tom? Tom? Hallo? Oh den hab ich gar nicht eingeladen was ist er wissend? oh ist er wissend? Prozent das ist die Verbindung gar nicht so schlecht kann sein oder auch nicht mehr kann das ist eine Striche was mit Tom keine Ahnung ich frage mich jetzt auch gar nicht was mit dem ist habt ihr das neue Chapter gelesen nein ich bin glaube ich in die zwei oder drei hinten hinten rein das ist übrigens brutal und geil ja das ist dann U2 wollte ich gar nicht ok ok jetzt letzten bisher naja ich bin auch mit denen so ein bisschen entschwingt das ist halt eben ja 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 jetzt hätte ich schon auch woanders hoch wir haben scheiße hier kann man nicht nur auch eigentlich Tänzen oder wenn er doch mehr kommt damit was er gehört ich glaube ich habe es heute probiert aber ich glaube ihm nicht und Boah, wie es sich von hinten mitzieht. Ah. Oh, noch getroffen? Jetzt konnte ich nichts haben, weil... Entschuldigung. Wie ist bei euch die Verbindung? Geht. Achso, es geht noch. Ah, fuck. Boah, wie ich von... Was war denn das jetzt, Alter? Ich bin von der Blase, einfach. Ja, die Blasen sind voll geil eigentlich. Was? Ach. Oder? Okay, noch nicht. Ja, das war's. Was für ein Scheiße. Was für ein Scheiße. Na ja, GG. GG. Oh mein Gott. GG. L die Schöner abtänzt das die Führung warum ist Darum habe ich doppel Support genommen. Okay, jetzt will ich Ugi machen. Sie sind selbst schon, wenn sie nicht kommen. Oh, jetzt aber. Das ist eigentlich gerade der Beste zu sein. Ist so, weil leckt dich eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Gute Frage. Was wissen wir nicht? Nein, ich glaube, sie ist ein Junge. Ich glaube. Sie ist ein Junge. Ja. Oh Gott. Okay. Ja, schreibt es uns. Junge. Ja, Junge. Ja, wir hätten das gemacht. Er spielt gerade und antwortet. Nein, das ist nicht Hundlein. Das ist Akpa. Das ist Akinato gewesen. Ja. 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 Ich bin kein Buch. Ja. dass das ja страшisch auch sein können. nur pro leute so wunderschön und Brutal was und Brutal ok GG GG Bro lad ein aha ich hatte vorhin geschrieben wer denn nicht? ja, ein Tinos in Tinos Spaß ist er wirklich sehr aufdringlich oder nicht? ja schon ich weiß, dass er bei mir jetzt nicht so aber bei mir ich habe ja gestern habe ich gegen ihn geraged und jetzt hat er schon geschrieben einen Kommentar wie soll das ich hinaus als Wixer bezeichnet hat und so wie ich so was muss hörte sowieso mit du musst das nicht ernst nehmen wenn ich rage mode dann ist jeder anders das ist nicht mehr derselbe Mensch nein du bist nicht du wenn du rage bist du bist nicht du wenn du ja eigentlich muss man so ein Video machen, wo man nur die längste Zeit Fluchwörter labert die längste Zeit, die sind Sends, die sind piepte und ja, oh Gott, ey die längste Zeit noch piep piep aber ich wüsste auch mal wieder mit Minato spielen ja ist wirklich also ja aber spam einfach nicht die Airlines Airlines nach ne nein sonst ist er ziemlich geil eigentlich aber ich kann irgendwie nicht so gut mit dem umgehen echt? er war aber für eine Zeit lang meine Main wie Naruto kann ich irgendwie auch nicht viel obwohl ich's keine Ahnung er hat man denn egal wieso hast du denn nicht mehr als Mäden? keine Ahnung, ich hab irgendwann mal jemand anderen gefunden ich hab mich nach demnächst liegen lassen ja den kann ich dann hab ich in der Demo schon habe ich den Trottel geübt aber den darf man nicht zu viel machen und das ist das Teleportieren und das wollte man auch kennen kennst du den Samyazin also Usumaki der kann ja auch ziemlich gut mit dem umgehen ja das muss man einfach mit dem kennen boah ich hasse Block Supporter hm ich hasse sie aufs gröbste ich spiele eigentlich generell gar keine Block Supporter mehr halt, hab er ihn verglitscht, ey dann lieber noch Nagato aha das soll einfach immer der Shinra Tei sein ah, fuck ah das war ein ... ja als die die kommt noch dazu er hat er doch nicht aber also gut bei mir zumindest nicht war gar nicht zu spiel okay eine man ein bisschen mein erstes Spiel jetzt mal gucken wie ich mich schlage die Verbindung Fragezeichen ja es sind mal ein Kuhnmer die Welt Prozent der Stärken ein Kuchen Der nächste soll ihn voll fertig machen. Das wäre dann entweder Antino Spaß oder Edo oder Sina. Ich habe voll vergessen, dass hier Edo Itachi auf YouTube also beinahe genauso heißt. Ja, darum habe ich eben gedacht, als du den Kanal hast. Hätte ich nicht machen sollen. Ich habe es aber erst später bemerkt, weil ich hatte den noch nicht abonniert. Und dann kamen alle, ja, bist du Edo Itachi? Ich so, hä, was labert ihr da? Ja, ich habe ausgelern. Zuerst auf YouTube informieren. Chillbreak, fuck. Alter, das ist zu Sano. Das ist zu schnell. Oh, weh. Ja, gut, die Edo Itachi wäre nicht ganz langsamer. Ja, ich denke mal, ich kriege ihn noch. Echt? Ja. Ha. Alter, es ist... Wow. Sharkback. Ja, okay, aber ich muss schon sagen, dass der extrem schnell ist. Jetzt, da eine Chance. Ja, Schildbreak, ja. Wake, 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 U3, nein, schon. Oh. Oh. Okay, jetzt warte ich mit Absicht. Sorry. Gut, weil das... Ja, das ist einfach jumpen können, obwohl er es irgendwie trotzdem endlich ist. U, sagst du schon, du verlierst? Du kannst du das Ding jetzt echt noch umreißen. Knappe Sachen. Connection, sag ich doch. Sag ich doch. Boah, ich wusste, das ist das Comeback, Alter. Ich hab's gewusst. Hundlein hat schon geschrieben, bist du nicht Edo Itachi aus YouTube? Ey, Tom, kennst du, ähm, ähm, Dingens, wie heißt sie? Äh, auf YouTube, ähm, Moment, 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 Höh, hab ich die Entschuldigung nicht mehr? Battle Harden Sarah oder so, wie sie heißt. Nö. Du meinst doch die Queen? Ja, die Queen. Oh mein Gott, also, sie schreibt ja auch immer, ähm, ihr ein Schwächling und so alles, ich bin die Queen und so alles, oh mein Gott. Echt? Oh mein Gott, Alter. Echt jetzt? Ja, wusstest du das nicht? Maruti's Song, try number one, number one female player in the world and North America, növ said. Ja, növ said, immer das amende. Also, das ist ja so Slang, das hast du ja, so genug gesagt, so irgendwie so nach dem Motto. Ja. Letztens, äh, Breaky hat ja, der hat den ja bloßgestellt. Ja, ja. Ja, aber die macht ja also, die macht ja immer diese Schildbreak und dann, Oh ja, richtig pro-life, Mann, ja. Ja, aber was willst du machen? Also, als ich das Spiel, ich hab das Spiel einen Tag, ähm, vor, äh, offiziellen Release bekommen in Deutschland, also am 7. hab ich das Spiel bekommen. Und dann bin ich mal online kurz online gegangen und die hatte damals schon 3 Millionen Punkte. Ach du, schhhhh. Weiß nicht mehr, Luca. Wir haben doch auch mal von dem Dingens da den Livestream angeguckt. Ja. Boah, Alter, der vollen Loop, Mann, ist ganz normal von hart. Ja, aber er hat, alle haben ihn nur geschaut, weil er das Spiel halt schon hat. Ja, das weiß ich, ja. Wtf, Noah? Wtf? Wieso hast du Noah eingeladen? Noah? Ich kann. Und was sagen, was haben die Leute zu meinem Comeback gesagt? Voll pro-like. Ja, ich hab's aber irgendwie gewusst. Also, ich komm irgendwie mal später rein. Das ist gut möglich. Ist doch voll schön. Wie sie das mal warm spielen. Ja, es ist ja mein erstes Spiel gewesen. Ach so, ja, erstes Spiel ist immer verkackt worden. Wieso hab ich jetzt zweimal gesuppt? Luca? Halt dich dran, er spielt One-Support. Versuch mal jetzt. Nein, die Cancel hat funktioniert. Ja, gut, das war's. Was sagt dir eigentlich den neuen Naruto-Chapter, was heute rausgekommen ist? Tchiii, tchiii. Eben, ich hab's nicht gelesen. Also, das Chapter, ja, das ist ganz schön nice. Hast du das da gesehen? Was war das am Ende? War das die Doppeldinger von dem? Du hast die Erziehung ge-abonniert. Das geht's doch nicht. Das ist die Osteale gewesen. Das waren die Originalen, also die Edo-Tensei? Ja, das waren die Originale. Die, du hast nicht gesehen, die Bullshits wurden doch kaputt gemacht, als die Barriere kaputt gemacht war. Ja, die sind schon jetzt alle weggehauen. Nicht spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern. Ich tue nicht. Ja, wir haben ja nicht, wir haben ja nicht gesagt, wer es ist. Aber die müssen doch eigentlich theoretisch, also jetzt, wiederkommen, oder wegen dem Edo-Tensei, oder nicht? Frage, je nachdem, wahrscheinlich, hat der irgendwie in so einen Säure, oder sonst irgendwas, das nicht nachgekommt. Ach, das ist ja ganz schön geöhrlos. Aber eben so aus, den tut die nicht. Besieg den nur. So aus, den tut die nicht, oder? Ja, ich denke mal nicht, ich glaube, Google-Bilder hat geholfen. Ach. Alter, stell dir das mal vor. Wer ist jetzt dieser Page wieder? Ist das der eine, der, ähm, Storm Gaming LP so? Ja, Storm Gaming LP. Ja, okay, gut. Die Queen hat Storm Gaming LP abonniert. Echt? Ja, hast du geschrieben. Scheiße, jemand dann. Okay, gut, das... Oh. Oh, scheiße. Oh mein Gott, das ist das Zürich. Schüttchen Pain. Oh, scheiße. Let's combo. Oh, und dann auch noch diese verdammten Drecksupporter. Stirb. Wer weiß, wie man mich zu... Oh. Are you mad? Und du Spaß, wenn... Oh Gott. Diese scheiße Schu... Oh Gott, wie Oromaru so sind wir wegfickt. Alter, was ist denn das, man? Das ist... Du darfst nie beim Genra Tänzisappen. Niemals. Sonst kannst du es vergessen, dass du... Und der kommt ja auch immer nur, dass er sein Scheiß... Pain is glitched, pain is... Alter, ich kenne... Die Verbindung ist so scheiße. Ja, das ist okay. Dein ist schon gesagt. Aber ich habe auch jemanden, die Verbindung ist da auch so schlecht. Und Tano Shimaru, ich bitte dich. Matze? Oh, warte, 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 hab ich das gesehen? Ja, das ist ein bisschen verzögert hier bei Luca. So, jetzt... Na, Moro, Moro. Alter, ich kann nicht däsen, was ist das für ein Scheiß? Was, Alter, was zum Teufel? Wie hat er dich denn dann? Ach, du Scheiße. Oh, geh mich nicht auf den Sack. Nein. Nein, das ist ein Spiel, ey. Oh Gott. Jetzt fängt aus, die Tilden, die sind ausgelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Kapunto, geil Hilfe, ja. Ansatz 3, oh shit. Na? Achso, ein Hurensohn. Oh man. Was geht mit dem zweiten Okage Unfairs? Ach, ich habe die Schuriken vom dritten Okage. Na, das ist lustig. Geile Chance gehabt, nein, da. Ach, Schuriken Cancel. Die Verbindung ist scheiße. Ich habe die jetzt abonniert, ja. Ich habe sie eben auch abonniert. Echt? Battle Harden Sarah. Ist das nicht der erste Platz, den wir hier haben? Scheiße, ey. Ist das nicht der erste Platz? Ich bin so stark davon aus, dass sie das nicht hier ist. Oh, wie sieht es jetzt ein bisschen zu normal aus? So eine spielt nie Naruto. Hallo? Was? Schick mal böse. Ja, eher Kanal, hm? Ja, schick mal den Kanal. Ich traue mich gleich mal an. Ich bisste eben nochmal den Noob hier. Oh Gott. Oh, das ist wie der Psycho. Oh, du Hure. Ja, bring den kaputt. Oh, du Huren. Oh, die Hählen denn in der Verbindung von denen ist viel schlechter als meine? Alter, wie ich nicht an-dashen kommt Weiß mal, Luca, damals immer Edo Itachi Hast du immer Edo Itachi genommen Hallo? Ich nehme ihn jetzt noch Alter, hört doch mit dieser Drecks-Kombo Okay, da habe ich jetzt eine Chance Hört der mich? Ja, ja, ich höre mich, höll dich Awake, du Hure Oh, du bist... Oh, schlecht ist das Lode Diese Shuriken von Pain, die regen so auf Und wenn die damit noch spammen Cool, es gibt noch einen Trailer von Killzone Echt? Ja Oha, awake Aber, awake for a win Storytaste Oh, ich geht dran, Sprech, 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 Sprech Ja, ist spät Oh, ja, jetzt sieht es schlecht aus Eindeutig, das ist... Gut zu machen, gut zu machen Eter, liegt irgendwie mit Kamera oder sowas auf? Ja, ab und zu Wieso kommen meine Supports nicht? Alter Tare Game? Alter, Pain ist so scheiße op So, wie sehen wir noch? Ist es nicht der eine Typ, der null Punkte hat, oder wie? Nein, der hat, das war schon ein erster Account, aber der spielt halt nur Turniere Da war eigentlich, ich weiß nicht, ob es bei der jetzt, also ob es jetzt der war Ah, du Huch, ey So ein Hurensohn, Alter Rage, Quit, Nightless Ne, Rage, Quit, sonst gibt er das Turnier Ist mir scheißegal Bringt eh nix Oh mein Gott Wie, ich kann Teufel, kann man Pain so op spielen, ey Das ist echt mühsam Aber dazu braucht man eigentlich die Null Skill, einfach irgendwas, Schuriken Du musst nicht mal Charme cancel, ey Du kannst ja mit dem Schuriken die Uki cancel machen Also ernsthaft reich Dann noch diese Supports Warum Kabuto Der wurde auch nicht gepatcht beim Suppen Wir haben so viel vergessen, ey Die haben das Spiel vergessen Die haben eigentlich nur das Nötigste gemacht Ja, ohnehin Und voll viele bilden sich ein, dass Masked Man auch irgendwie entschärft wurde, ich finde ich gar nicht Nur das Jutsu wurde ein bisschen entschärft Ja, weniger Schaden, aber Schildbreaking ist es trotzdem Das ist jetzt das Problem dran Es ist noch zu sehr Schildbreaking, aber es hat sich schon verbessert Und du kannst auch nicht Wenn die Bomben dort sehen Du kannst nur einen Haufen Du kannst dich antäuschen Du kannst dich mal Jutsu machen Die sprengt Dich sprengt gleich wieder hoch Ich sag ja nicht, dass der nicht okay ist Allein schon dieses Ständig irgendwo weg sein Mit so nem scheiß Porten Ja, das stimmt auch Okay, machen wir mal Einzelkampf Mal schauen, wie viele reinkommen Nein, ich weiß Fließender Wechsel Damit es ein bisschen ein lustiges So, was ich in den Chat dann so geschrieben Äh, geht trainieren Ja, das ist ein Loop Ja, das ist ein Loop Das ist ein totaler Loop Redkiller, too light Mit einem L Oh, und? Soll ich jetzt weinen? Hast du dich verschrieben? Alter, der kommt aus Ewigkeiten her Und da hab ich mit Tastatur geschrieben Und dann hat uns schnell zu schnell abgezippt Und ich hab die ja schon die PS3 ein bisschen länger Und da hab ich keinen Bock Da hab ich immer so mit 300 Trophäen Und da hab ich keinen Bock gehabt damals Oh gut, dann macht er halt doch mit Das kenn ich Ey Bei mir ist noch schlimmer Ich heiße Lord Marx Lord Marx Alter, wie schwul ist das denn? Du bist auf jeden Fall schwul, Mann Was ist das? Ist das fließender Wechsel, oder was? Ja Leider Leider Ist doch Platz frei Soll ich wirklich wieder mit euch Chaoten spielen? Ich werd's doch eh verlieren Tom, halt die Fresse und komm einfach rein, klar Ich hörte mich mal bei nur noch einen Platz frei Tom, halt die Friese, komm einfach rein Nein, ich hab ihn, glaub, im Privaten offen gelassen Echt? Glaub, ja Ich hab fünf private Boah, diesmal geht's genau auf Das gibt's doch gar nicht Nehmen wir alle O.P. Chas, nehmen wir alle O.P. Chas Ja, was schickt mir nicht tausend einladen, du nicht komm doch Naja, Mr. Bubbles und so Mr. Bubbles und so Mr. Bubbles, okay, wir kommen ja, wir nehmen alle Mr. Bubbles Ja, natürlich Ihr wisst schon, dass Uta Kata nur viel Glück hat Ja, vor allem, gibt's überhaupt ne Uki-Kennze mit dem? Das weiß ich nicht Ne, glaub nicht, ne Oder ein bisschen tilten, und ja Kumpelblasenmuh Ja, bravo Seht ihr's, he, seht ihr's? Killer mit einem L Ja, du bist was Trolls, oh, was soll das heißen, Drolls Zeig ich nicht Soll doch dein Name sein, mein Gott, sollen wir jetzt alle unsere PSN-Namen mit Vergleichen besser Ja, ich kann meinen wenigstens begründen, wie soll ich Sproul genommen hab und die Zahl auch Warum das? Also gut, die Geschichte von Du hast dich bestimmt fatan und zwei Mulli Was Moly Spinst, du Na Ne, wir jetzt alle OP-Chals Na, Rund, also Na, Rund, Ja, das ist mir das ist匹wissen Ich hab mir zwei Supporter genug Wenn du mich Böger schon vorerst nicht mehr Alter, du mad Obche, du das ist ein Europä-Supporter oder so Na, ich hab mal Wir spielen no-support Einer heißt auch RedKiller3Light. Ja, super schön für den 3Light. Echt, yes? Hat er geschrieben hier, der Hundlein leckt. Ne, nicht der, sondern hier, der Storming. RedKiller3Light, so beschissen. Hast du jetzt Keeper genommen? Ja. Alter, ich hab Mr. Bubble genommen. Alter, ich lass gar zu, könnt ihr mich verarschen? Alter, ich hab noch nicht mal Blogger, was wollen die von ihr? Ich spiel 1 zu Paul. Ich hatte nie mehr aus der Bubble-Team, da gibt's kein offiziernes Team. Crazy Psycho. KW, du drückst dich, ich, ich warne dich. Wenigstens dritte Runde, wenigstens, komm schon. Na, du Huse! Oh, Mann. Ändert. Chakra komplett entladen. Aber ich spiele gegen dich, Mann! Du wirst nicht gesehen, weil ich hab auf dem Bildschirm von dir geguckt, dass es sehr verzögert und dann war das hier oben. Oh, Scheiße. Alter. Gruppe. Da warst du für einen Supporter. Nein. Du, Alter, du, du, Mann. Du bist so fein. Du bist so fein. Ich bin so fein. Alter, ich will nie Chakra haben, ey. Nur kein Chakra. Du wirst nie Chakra haben, glaubst mir. Du brauchst noch kein Chakra. Ich kann dir das ganze Zeit vier-Eck drücken. Ja, dann sprichst du dir einfach durch. Das war ein Abnehmungsmanöver. Das war ein Abnehmungsmanöver. Alter, Naruto ist so ein OP-Support bei der Regel, Alter. Luka ist los. Spiel mal, ja! Boah, du Bixer. Du mitsgat sẽ zu nehr. Let's do Marvin! Naaah, Scheiss, die nachter! Hängt die mich da noch so dran, der ich dachte doch... Maa, es wird doch kein Chakra, nervt! Haaah, was, was? oh fuck scheiß Bombe, alter erwischt die mich auch noch, alter wie er frisst das ich kann mich kurzzeitig nicht bewegen Fick dich Sejin Ach was der Blocker, mein Blender hab ich auch gerade erst jetzt gesehen ok was hab das, hast du den Griff gemacht? oh fuck ok war vielleicht ein bisschen unfair mit ein bisschen abhauen und so aber dein Team war einfach nur assi ja logisch wenn ich richtig in den Nahkampf gegangen wäre ich hätte einfach nur dashen müssen wenn du den Insta gemacht hättest, alter da gibt es kein Confies, weil es viel lustiger ist ja Tom, da muss ich, da kann ich nur eines sagen wenn Keeper in diesem Turnier nichts nützt dann muss ich noch ältere Geschütze aufbauen ooooh 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 hier bestätigt sich wieder mal die Aussage, dass ich mit Opechas nicht spielen kann ooooh Gott, du hast nicht ernst gespielt, gibst du Nein, ehrlich, ich hab von ernst gespielt das ist ernsthaft, ey ja voll einfach voll schlecht ja logisch, was voll schlecht also ernst das das ja wie war es denn, ich hab's jetzt erst gespielt oder nicht? wie hab's jetzt gespielt? ja das wärst du im nächsten Dingsverfahren boah nein, alter Storming in 4LU und so du siehst doch, was er in den Check geschrieben hat, was du Luca gleich nimmst, ne? kakusu, wow, so geil auf die Idee wär ich jetzt echt nicht gekommen hm ich glaub, hansu ist schlimmer als kakusu kakusu ist zwar sehr sehr schnell und alles, aber hansu ist verglint stark ja, er zieht alles mit das ist beschissen ich muss im Kreis drehen dann bleibst du einfach wieder eine Sekunde stehen und ich kann Ugi machen hm hm uha der Komplikasche und K 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 das ist das war ein bisschen er hat mich so ist die Zeit und hat jemand geht ja zu rexen ein Jahr er ist ein glätschiger das hat mit den Niedernstern noch mal am Ende des Heils nicht mehr keine reißen von nur rückerlosen sehr richtig gesehen was ist nicht dass die du hast gar keine dlc ist luka ein doch ein pain und das wäre den schul maru zu sehen noch schön heißt nun die nörder nein hau alter ich kaufe mir die scheiße doch nicht für uns denn das ist auch so schon alter mann ich kaufe die scheiße doch nicht nur dass ich selber konnekt noch mehr Geld schiebe ich kann es im Arsch rausholen aber nicht nicht so mehr als eine Spieler anfang erwarten wird aber das war ja okay für Edo Itachi bringt das eh nix auch Badara nun mal oder und hier Mokko Nuyutsu ei 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 das wird krass Mokko sich mit mir zu machen auch tut mir leid was ist es hat sich in den Zettel ja das ist es gleich im Livestream ein Tino Spaß ich mache noch ein Turnier verliebt das schaue ich nicht mehr drauf für das gibt es ex in der Twitch steht der jetzt endlich wieder funktioniert nein er funktioniert nicht mehr nein er funktioniert nicht mehr oh mein Gott so ass hat es ja gewesen ey Madara awake boah was ach du scheiße 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 Alter Bitsi scheiße was ist das denn für Alter boah Alter du rippt dich mal ja die ganze oh mein Gott du scheiße du scheiße du scheiße Alter Endless 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 ihr kennt ihn glaube ich nicht nur weil Tino Spaß kennt ihn oh ha ja jetzt okay jetzt mach auch Endlöter warum hast du kein Endless man jetzt kassiert ein bisschen jetzt kassiert ein bisschen jetzt kassiert ein bisschen ja ich hab doch schon genug verloren ja das ist mir schon klar geh doch auf mein Insta statt hier Chakra zu verworfen ja schade Alter du kannst ja richtig was mein Alter jetzt kannst du Hirajin ja ohne Spaß aber was anderes kann er ja auch nicht nein er kann nur tippen uuuu bitch das hat er gesagt lol ich schulde mich auf die andere Seite geht uha Hirajin wer Jutsu macht theoretisch fuck oh weg fliegst du oh mein Gott ich hasse solche are you mad ja man ey du warst du warst ein Wichser ja jetzt tötet der Grab plötzlich hä das ist sehr merkwürdig ich frag mich da auch gerade normalerweise killte er ja nicht nein ja also macht er das ja immer nur er muss zweimal grabben und über dreimal dann muss er einmal dreimal grabben vielleicht weil er im Geschwächtzustand ist vielleicht weil er im Geschwächtzustand ist aber das ist voll komisch ja der Grab ist einfach nur verpasst ja der Grab ist einfach nur verpasst ja der Grab ist einfach nur verpasst direkst du schlug und oh ne das war auch Gott das war mit der Regel und das ist ein Französer das ist ein Französer das ist ein Französer mit dem Buch ja ich will aufpassen Nobody likes the French people etwas schaden bei einem YouTube oh hat Warnsupport das gibt's doch nicht ach du scheiße ist der echt Französer ah stimmt ja ja den kenn ich alter der boah der hat 30 mal Story bei mir gemacht macht immer so eine Kobo zack immer Story immer mein Gato ist aber nicht schlecht dagegen instawake das gibt ziemlich viel Schaden ach ja mit der Select-Taste konnte man die Finger auf wenn alles drin ist das ist noch 30 Sekunden also ok lol oha es spämt nicht falsche Information Tom ja der wollte aber direkt die ähm um die Reis ja ah jetzt fängt's an Ja jetzt kommt Shidori jetzt zeigt's deine wahre Natur wie viel das zieht wegen der Regel das ist so viel wie so ein Schlag ach ne alter man ey da seht ihr ja da da macht immer Shidori scheiße angefangen vor allem als der eine hier gegen die ich gerade geschmiert habe mit Madara diesen Tipp gemacht hat hat die gesehen wie er es gezogen hat ja es war halt im Awake das war noch mal für Regeln dritte viel zu viel äh ja ich glaub Gret zieht viel und ähm von Afon in Awake Alter du wohnst du mal 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 Psycho muss sich beherrschen ja ne weil sowas kann man sich nicht beherrschen Alter das war das Problem was wir damals immer hatten wir hatten immer nur Noobs im Turnier ne immer immer ja wenns ein privates wär also die Leute haben wir nicht mehr ich hab zu wenig Leute keiner mag dich cool sorry ok die zwei größten Noobs müssen dann gegeneinander ja ich kanns jetzt eh verlieren ach du hast auch mal behindert mit dem Wechsel naja geht und ja ist schnell ok dürfte für mich gut sein ja eh du Itachi bitte Naruto da ciao Tom ja Max the Reaper Max the Reaper's Game Vorstellung sag deinen äh sag deinen Youtube Account machen gell bei sieben Personen hm 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 bisschen Livestream du Folli hm 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 Oh woah ja .. Xin ja das ist ja unabhängig als für mich nicht ich mein Tom und das nicht leisten Tom ist gerade am Spiel also er ist nicht schön so gleich die Blocker-Taste oder boah nein denn es ist besser geworden ich bin weil ich kann ich kann nicht gewinnen weil ich hier noch nicht mit der die Experten möchte ich komme über die Reiter schießt ihr auch prägt im Spiel bekommt die Doppelers es hat zu schnell und sie ist in Städte auf jeden Fall sind zu viel und sie ist auch ein bisschen wie wenig der Grab gezogen hat Oh Tom, hast du das nicht gesehen? Wie wenig der gezogen hat? Boah, wie weit hast du alles getan gekommen? Alter, wie geht's? Will den Kopf? Uh, uh, ja, das ist das Ding. Ich kann nichts machen. Ja, das glaub ich dir. Der dascht da auch noch heftig drauf. Das ist ein kleiner Dascherle. Ja, man muss rushen. Alter, geh guter Kater, der du kreisdrücken! Du wirst die kreis-kombos hat, ich bitte dich! Geh guter Kater! Daumen voll mit Rage-Botus. Schwimm mal, Dacken. Oh oh, ich geh für Männer. Kein Interessiertz. Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Uff, Tommy ist jetzt voll im Konzertieren. Kann ich eh nicht hier gewinnen. Oh, are you mad, bro? Are you mad, bro? Immerhin das scheiße Greenball noch dahinter. Uh, ja, das hast du geschafft. Glückwunsch. Endless! Äh, gut. Eigentlich nicht. Äh, natürlich war das ein Endless. Wenn du anhörst und der hat keine Bäume, ist egal, ist endlos. Ja, aber er hat die Combo nicht weitergeführt. Er hat danach versucht zu grappen. Trotzdem ist es endlos. Ja. Es ist endlos. Hättest du lieber einen restlichen Schaden noch bekommen wollen? Der Grab hat dir nämlich nichts gezogen, weil er nicht getroffen hat. Gar nicht machen! Überhaupt keine Endlessen machen! Dachte, verfickt aber unter Karten! Ha, ha! Nein, nein! Will doch viel Sparming? Gar nicht. So, Jungs Sparming, not Awakening! Jungs Sparming, not Awakening! Oh, jetzt anfangen Awakening schon wieder. Oh, so langweilig eh! Ständiger Wechselturnier Habt ihr schon Ferien? Ich leide nicht Ich habe in drei Wochen Ich habe auch in drei Wochen Wollt ihr in Bayern? Ja In Schweiz Tom, wo wohnst du? Scheiß drauf, Bayern ist so Scheiß drauf Tom wohnt irgendwo in der nicht entwendenzierten Ecke Ist hier nur das größte Bundesland? Ja, genau I am a Berliner I am not Tom Tom, wo wohnst du? Was ist der Betan? Achso, ja Wo wohnst du? Bundesland gesagt, Max Ist das ein Fremdwort für dich, ein Bundesland? Amen Machen Hahahaha 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 Kiegenbaps Den Ecke nur Bayern Den Ecke nur Bayern Den Ecke nur Bayern Erken Sie mich Scheiß So, ich kann diesen Rami-Kolon nicht ausstehen. Ich auch nicht. Auf keiner Ohrstricken. Der hat nochmal gesagt, dass er den kennt. Tinos Spaß. Und du bist in Berlin geboren. Na, was du für eine Scheiße! Ich glaube, du bist dabei schon dumm gewesen, aber du blamierst ja noch mehr. Max sagt, dass du das mit Absicht machst. Für alle Deutschen, die das danach sehen. Wir haben, glaube ich, denke ich, nur Deutsche im Chat. Ja, ich werde das auf YouTube laden. Ich meine, im Chat wollte ich sagen, ich meine, hier bei Twitch auf Zugang. Ja, schon, aber ich werde das auch auf YouTube laden. Ja, okay, da kann ich mich wissen, weil du noch bei dir zuguckst. 100. Alter und ZL ist so ein Rassist. Er sagt, alles, was Deutsch spricht, ist Deutscher. Oh, sofort, also sofort, also sofort, also sofort, also sofort, also sofort, also sofort. Da hat er mal das Storming-Empfehl wegen Itachi, weil er eh so viel zu viel abzieht und dann noch andere Verhöhungen. Dann kommt er noch Kraft, äh, Kraftboost. Ja. Sehr schön. Du bist auch Deutscher, wieso kannst du das? Ich habe beide Spiele verdoppelt, Alter. Scheiße. Da hast du viel in Arbeit, du bist Deutscher. Nein. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich brauche auch kein Bock mehr zu mir gleich. So geil. Hoffentlich gibt es jetzt Storm Gaming LP. Gut, Charity, ja, gut. Da wird sich auch abbrechen. Ich brauche, ich brauche, ich bin halt diesen Behinderten da mit Madara. Sonst dürfte es dann fast zu lange werden. Tut mir leid, ein Tino Spaß gibt leider doch keines mehr. Aber morgen, voraussichtlich. Ich würde eins am Wochenende nehmen. Boah, wieso hat er das nicht? Das Schild war gerade gebraked, das hätte man richtig gesehen. Oh, wie viel der Grab zieht, Mann. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße, hat den Schlag. Etachi zieht Newt zu bei zwei Schlägen. Oh, scheiße. Na, sag ich doch, Alter. So was wollen wir denn? Ich helfe, Mann. Scheiße. Scheiße. Jetzt bringt ihn die Ugi schon um. Gut, die Ugi bringt sowieso direkt um. Oh, oh. Jetzt. Ja, schild gebraked. Oh, scheiße. Oh, Alter. Awake. Oh, ich finde der eine ist jetzt... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist so. Das war mal krass, ey. Alter, mal guckt euch das an, ey. Ich hatte das jetzt nochmal bei Luca nochmal auf dem Bildschirmier verfolgt, ey. Der Sprit hat irgendwie so viel gezogen, wie so ein aufgeladenes Jutsu. Scheiße. Oh, kranker Scheiße. Und über einen halben Ball, stell dich mal vor, wie viel Hitan im Awake zieht. Den ganzen Ball zieht. Sieht er sonst schon die Hälfte. Hm. Gut, dann gratuliere ich hier Dennis, Storm Gaming LP, mit diesem Abschluss vom Turnier. Ich immerhin mit Keeper Vierter. Hey, Thomas, ich dreht ja mit Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Ja. Gut. Immerhin 30%. Antino Spaß, sein Kommentar. Turniere mit Bros. Wo? Bros. Wenn, Luca, wenn ich du wäre, würde ich am Wochenende einen Livestream machen, ne? Es sind viel mehr Leute online. Und da haben wir viel mehr Leute Zeit. Ja, gut. Das ist wahrscheinlich Schleuer. Schleuer wolltest du jetzt gerade sagen, oder? Hat er sogar. Ja, ich habe gesagt. Schleuer. Schleuer. So im Max-Niveau. Ja, das ist, ja. Soll ich jetzt noch einen Dialekt in Deutsch? Deutsch, Deutschland, ah, ein Nehmen und was. Schwäbisch, so wie Markozy, der Guns Storm 3 spielen kann. Dieses Paternze-Game, mein, wieso? Was? So macht er das doch immer wieder, ne? Was macht er? Er macht doch immer so, ganz genau. Ja, gut, dass wir dir können ein paar Dislikes kriegen, weil wir jetzt gerade ein bisschen Markozy fertig gemacht haben, aber hey, siehst du nach einer Woche das Video dreimal Dislikes. What the fuck? Goldbein Markozy. Okay. Okay. Das verstehe ich irgendwie nicht. Okay, er hat ja gesagt, er investiert sieben Stunden am Tag. Sieben Stunden für YouTube, ey. Alter, das ist ja sein Leben. Ich hab' die fast alle gekauft. Gut, er verdient auch ordentlich. Sagen wir es mal so. Ganz genau, Luca. Ja, Tom, ich bin euer Impact Rider und das war's jetzt mal mit dem Livestream. Schaut morgen wieder rein. Das heißt, eine weitere Folge von, ich bin gar ein Vollmerkozy nachmache. Da hätte ich das eigentlich mal machen, aber ich hätte so viele Hater kriegen. Ja, die ganzen Fanboys, die hätte ich im Hals. Oh, oh, hat jemand auch eine Ache gekickt, oder? Ja, genau, Goldbein Markozy hat sich jetzt schon beschwert. So wie Lolli. Ganz genau, Lolli war's to fuck, fuhr. Ja, mach das noch mal. Hm, nein. Ähm, okay, das war's mit dem Livestream. Und, wer hat sich so... Ja, ich. Hahaha. Okay, zum Abschluss darf noch jeder was sagen. Was, du hast Livestream gemacht? Boah, nein, ich fang jetzt erst an. Ach, Max, Max, wir fangen jetzt erst an, damit du ja mitspielen kannst. Scheiße, ich war kurz krank. Du kannst gerne Storm 3 mitspielen, obwohl du das Spiel nicht hast, Max. Ich wette, du versuchst das sogar jetzt gleich. Scheiße, ich war weg, ich wusste nicht. Ja, ich hab das gerade noch mal deutlich gesagt, du Vollidierer. Du Vollidierer. Wir sagen alle noch mal Tschüss. Oh nein, ich hab was Peinliches gesagt. Nein. Oh nein. Okay, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und jetzt, mal Seiko noch. Toll. Tschüss. Frohe lege Weihnachten. Das Enthusiasmus Trio. Quartett. Quartett. Das war's. Ich bin euer Gordon Woll über Akkursi. Scheiße, morgen wieder ein. Wenn es heiß ist, ist immer als die Polizei erlaubt. Okay, nein, das war's jetzt endgültig. Okay, nein, das war's jetzt endgültig. Ich bin Bayern, wir Shane zuDoes Are running. Be т你是 für斯?